Also, die Talmor sind also eigentlich daran interessiert, dass der Krieg weitergeht, weil sie sonst ihren Posten in Himmelsrand verlieren. Habe ich das jetzt richtig verstanden? Mhm. Sie sind mit dem Kaiserreich im Bund, also, haben sie ja vorhin die ganze Zeit gesagt, unterstützen aber trotzdem auch die, hey Weizen, die Sturmmäntel, aber jedoch unterstützen sie keinen von beiden so doll, dass einer gewinnt. Ist ja schon ein bisschen link. Hm. Da haben wir eine Tür. Hier haben wir eine Truhe. Gold. Zwölf Stück. Ach ja, ich hatte den Schlüssel ja gefunden. Und hier soll also der Typ drin sein, der Informationen hat. Ich sehe erst mal keine Wachen. Aber ich höre jemanden. Aufhören, bitte! Das ist alles, was ich weiß. Sonst hätte ich es euch schon erzählt. Schweigt! Schweigt! Ihr kennt die Regeln. Sprecht nur, wenn ihr angesprochen werdet. Meister Rolindil wird die Fragen stellen. Beginnen wir von Neuem. Nein! Um Himmels Willen! Ich habe euch schon alles gesagt! Nein! Beginnt ganz von vorn. Wie immer. Wir hören mal kurz zu. Wenn ihr auf eurem Einzelnen besteht, dann lasse ich... Nein, warte! Ich habe nur gerade Luft geholt. Warum sollte ich euch etwas erzählen? Ich weiß überhaupt nichts. Da gibt es einen alten Mann. Er wohnt in Richtern. Er könnte dieser S-Bern sein, nach dem ihr sucht. Aber ich weiß es nicht. Er ist alt und irgendwie verrückt. Das ist alles, was ich weiß. Und sein Name lautet... Ich... Ich weiß nicht, wie er heißt. Ich habe es doch schon hundert. Haben die den jetzt umgebracht? War ich zu spät? Ich glaube fast ja. Verdammt. Bleib sitzen, du stirbst jetzt eh. Der ist plötzlich weggerutscht. Hör auf, sich zu heilen. Hör auf damit. Aus eurem Fell mache ich mir einen schönen Tekt. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Ich sehe nichts. Lebt er noch? Ja. Wir befreien ihn gleich. Moment. Die scheinen ja anscheinend vor nichts zurückzuschrecken. Ist ja gut. Ich komme ja schon. Hi. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ich lasse dich frei. Ich bin nicht hier, um euch zu quälen. Ich möchte alles noch einmal hören. Was? Wer? Was wollt ihr dann? Ich befreie dich, mein Freund. Keine Zeit für Erklärung. Lass uns von hier verschwinden. Ja. Natürlich. In Ordnung. Los. Los. Hier entlang. Die Wachen beseitigen hier die Leichen. Der Weg muss irgendwo hinführen. Ich gehe schon vor. Ich bin hier noch nicht fertig. Moment. Vielleicht ist dir etwas Wichtiges. Wer seid ihr? Was tut ihr hier? Sie haben mich in Riftern geschnappt. Anscheinend glauben sie, dass ich etwas weiß. Sie stellen mir immer wieder dieselben verdammten Fragen. Ich möchte auch wissen, ob er etwas Wichtiges weiß. Ich hoffe es. Wenn es hilft, sie durch die Mangel zu drehen, helfe ich gerne. Sie suchen einen alten Mann namens Esbern. Es hat was mit Drachen zu tun. Das habe ich mitgehört, als sie dachten, ich wäre nicht da. Ich habe in Riftern jemanden gesehen, den sie für diesen Mann halten. Ich weiß nicht viel, noch nicht mal, wo er lebt oder wie er heißt, aber sie schienen sehr aufgeregt. Das war alles. Jetzt lasst uns von hier verschwinden. Klingt gut, ich werde euch folgen. Geht schon mal vor, ich bin noch nicht fertig. Kein Problem. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich schulde euch was. Besucht mich in Riftern, wenn ihr es hinaus schafft. Habe ich da gerade Waffen gehört? Ja. Wer genau kämpft hier? Ich hoffe, er schafft es raus. Ich möchte mich hier noch fertig umgucken. So, habe ich hier schon reingeguckt. Was hast du? Gift der Ausdauer. Gift des langen Leidens. Lachsbraten. Das nehme ich natürlich mit. Den habe ich zwar schon. Die Sänftigung nehme ich auch mit. Oh, das sieht schön aus. Nein, ich wollte eigentlich... So. Eine Truhe. Die Information über Aspen. Die werden wir auch gleich lesen. Falltürschlüssel und Gold. Falltürschlüssel. So, ich nehme einfach alles an Schlüsseln und so mit. Auch wenn wir die dann teilweise doppelt haben. Malborn. Oh. Ja. Er hat es dann wohl nicht so ganz geschafft. Tut mir fast ein bisschen leid für ihn, aber okay. Elven Salon. Äh, nein. Ich glaube, es ist schlecht, wenn wir da jetzt hingehen. Wir sollten... Fliehen. Haben wir hier noch wen drin? Nö. Hier. Nö. Ah, da gehen wir gleich raus. Okay, Moment. Ich gucke noch schnell hier nach oben. Haben wir hier? Packe ich natürlich ein. So. Okay. Wir können gehen. Was? Dunsthöhle? Na toll. Jetzt müssen wir jetzt noch durch eine Höhle laufen. Hängemoos. Bleibst du schön bei uns? Nö. Kann ich noch mal mit dir reden? Ich habe gesehen, wie die wachen Leichen in diese Richtung... Okay. Machen wir, dass wir hier rauskommen. Oh. Ach, na toll. Kommt er hier hoch? Ich bin mir nicht sicher. Ich hüpfe einfach mal runter. Er ist auch einfach runter gehüpft, okay. Ich dachte, ich hätte etwas... Ja, man, das ist ein Eistroll, du Depp. Was für ein Idiot. Ja. Das gibt es doch nicht, Alter. So jemand dumm habe ich noch nie gesehen. So. Nur mal so zur Information. Wann hat es gerade zuletzt automatisch gespeichert? Das ist gut. Ich möchte den... Ah, scheiße, bin ich doof. Ah, nein. Ich wollte laden und nicht speichern. Hat es jetzt überschrieben? Natürlich. Verdammt. Okay, wir machen noch mal ab hier. Das ist, wo wir in den Kerker reingehen. Ich möchte nicht unbedingt, dass der stirbt. Und vielleicht können wir so auch den Malborn retten. Ah, da läuft sie jetzt gerade noch. Aufhören, bitte. Das ist alles, was ich weiß. So, wir haben es ja schon gehört. So, wir machen ja nicht so viel Schaden. Warum? So, bleibt liegen. Ich warte ganz kurz, bis wir wieder versteckt sind. Dauert ein Stück. Ich warte doch nicht. So, jetzt sind wir wieder versteckt. Blutgift, das für Ausdauer, nein. Giftschadung. Ja, das möchte ich jetzt mal austesten. Mal sehen. Sehr gut. Genau so habe ich mir das vorgestellt. So, und von hier oben kam irgendwo... Hallo? Ich möchte gerne... Nee, jetzt kommen die nicht. Ich hüpfe mal runter. Mal sehen, ob die jetzt schon da sind. Okay, die kommen wirklich erst, wenn wir den befreit haben. Der hängt hier nur ab. So, dich befreie ich wieder. Oh, nein. So. Wie schon gesagt, weiß ich nichts weiter darüber. Ja, haben wir ja schon alles schon gehört. Was? Wer? Na, los. Hier entlang. Die Wacht... Kein Problem. Danke, dass ihr mich befreit habt. Ich schulde euch was. Besucht mich in Rifthorn, wenn ihr es hinaus schafft. Mache ich. So, mal sehen, kommt der jetzt auch wieder lang? Der schleicht da rum. Jetzt kommen die plötzlich nicht hier mehr lang. Achso, vielleicht, weil wir nicht mit dem Typen geredet haben. Wir haben ja noch nicht die Information jetzt zu bekommen. Dann nehmen wir uns doch mal das Buch. Diesmal packe ich einfach alles ein. Oh, schön. So ein Gift auf den Pfeil bringt doch ganz schön was. Das hätte ich eigentlich nicht erwartet. Also, es ist schon klar, dass das was bringt, aber... ...hab ich irgendwie nicht so damit gerechnet. Dass es so viel bringt, vor allem. So, gib mal her. Kann ich nochmal mit dem Reden jetzt? Ich habe gesehen, wie die wachen Leichen in diese Richtung geschleppt haben. Das könnte ein... So, wir gehen einfach nochmal alles schnell durch. Sie haben mich in Rifthorn geschnappt. Sie suchen... Ich habe in Rifth... Ich weiß nicht... Ja, ja. Das war alles. Ja. Jetzt lasst uns von hier verschwinden. Ich weiß nicht, dass wir hier rauskommen. Hört zu, Spion. Ihr sitzt hier in der... Ihr seid tot. Ihr hättet nie herkommen sollen. Okay, wir sind zu langsam gewesen. Ich möchte den wirklich gerne retten. Ich versuche es einfach nochmal. Ich versuche es jetzt so oft, bis wir es schaffen. Und diesmal speichere ich einfach, bevor wir mit dem nochmal reden. Und verplemper da jetzt wahrscheinlich ewig viel Zeit. So, also nochmal das Spielchen hier. Aufhören, bitte! Das ist alles, was ich weiß. Sonst hätte ich es euch schon erzählt. Das war schlecht. Ihr könnt mich nicht verstecken. Okay, er hat uns auch gesehen. Wo ist die Zukunft? Ich warte darauf. Äh, Zukunft?